Wir haben 280.000 illegale Ausländer in Deutschland. Und für jeden abgeschobenen illegalen Ausländer kommen sechs neue nach. Das Migrationsdrama explodiert direkt vor unseren Augen. Und wenn du dann auch noch siehst, wie viele Tausende Euro eine einzelne Abschiebung kostet, dann kommst du echt ins Verzweifeln. Alle Details in diesem Video. Los geht! Aktuell können wir tagtäglich das Drama im italienischen Lampedusa sehen, wo jeden Tag Tausende von Migranten in Italien ankommen und die Kleinstadt quasi überrennen. Die Polizei in Lampedusa steht kurz vor dem Zusammenbruch und schickt Hilferufe an die Regierung. Und Italiens Ministerpräsidentin will sogar Kriegsschiffe schicken, um den Seeweg zu blockieren, dass keine weiteren Migranten kommen. Aber die EU verweigert jede Form von Hilfe. Und da muss man sich fragen, warum kommen gerade so viele Flüchtlinge nach Europa? Was ist der Grund dafür? Naja, die EU-Grenzschutzorganisation Frontex hat gerade einen Halbjahresbericht verfasst zu den dramatischen Flüchtlingszahlen und schreibt doch ausführlich über deren Gründe. Sie schreiben, Und zu deutsch heißt das, Niedrigere Preise für die Migrantenschmuggler? Also offenbar gibt es jetzt hier gerade ein Menschenschmuggler-Paket zum Sonderrabatt oder was? Was soll das heißen? Gibt es jetzt zwei Tickets zum Preis von einem oder was? Also das ist schon krass. Aber na klar, wenn die Ticketpreise für den Menschenschmuggler gerade besonders günstig sind, dann kommen natürlich auch vermehrt Flüchtlinge. Und das Problem ist, die allermeisten von denen landen einfach illegal bei uns. Also Flüchtlinge, die kein Asyl bei uns bekommen würden, weil einfach kein Asylgrund vorliegt. Das sind nämlich hauptsächlich Flüchtlinge, die dann illegal in unser Sozialsystem einwandern wollen, weil sie ordentlich abkassieren wollen. Und davon haben wir, wie gesagt, 280.000 schon in Deutschland. Das hat jetzt nämlich eine Anfrage von den Linken an die Bundesregierung ergeben. Daran steht nämlich Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der Linken. Thema Abschiebung und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023. Und auf Seite 26 siehst du direkt eine Tabelle mit den Zahlen der Ausreisepflichtigen insgesamt nach verschiedenen Bundesländern aufgeliefert. Und dort steht, insgesamt haben wir 279.098 Migranten im Land, die ausreisepflichtig sind und 224.000 davon mit Duldung und 54.000 davon ohne Duldung. Und das musst du dir mal vorstellen, ja. Wir haben knapp 280.000 ausreisepflichtige Migranten im Land, also Migranten, die illegal bei uns sind und die das Land verlassen müssten. Tja, und all diese Menschen bekommen, obwohl sie illegal bei uns sind, trotzdem Kohle so lange, wie sie bei uns sind, ja. Hier siehst du mal Tabelle und da kannst du sehen, Ausländer im laufenden Asylverfahren oder nach Ablehnung eines Antrages bekommen Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Das ist quasi die rechte Spalte in der Tabelle. Alleinstehende erhalten 410 Euro pro Monat. Tja, und jetzt musst du nur mal eins mal eins machen. Also 280.000 ausreisepflichtige Migranten mal 410 Euro ergibt 114 Millionen Euro pro Monat, ja. Nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Das müssen wir bezahlen. Und zwar für Leute, die eigentlich gar nicht bei uns sein dürften, ja. Und wenn ich sowas lese, dann platzt mir echt die Huhschnur, ja. Das ist eine massive Verschwendung von Steuergeldern pur. Und das Problem ist, dieser Zustand wird jeden Tag und jeden Monat schlimmer. Schauen wir uns mal die Abschiebezahlen an und auch die Zahlen der Neuerkümmelige, weil auch das beantwortet die Bundesregierung direkt auf die Anfrage. Dort steht nämlich auf der zweiten Seite, im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 7861 Abschiebungen verzogen. Bitte was? Wir haben 280.000 illegale Migranten bei uns und die Bundesregierung konnte gerade mal 7861 Abschiebungen abschieben. Das sind 1300 pro Monat. Das ist doch lächerlich, ja. Und vor allen Dingen ist es deswegen lächerlich, weil gleichzeitig viel mehr neue illegale Migranten zu uns kommen. Die Welt hat auch diesen Monat geschrieben, illegale Migration steigt im August auf rund 40%. Die Zahl unerlaubten Einreisen nach Deutschland steigt weiter an. Nach Weltinformationen aus dem Umfeld der Bundespolizei stellt die Bundespolizei im August etwa 15.000 illegale Einreise-Migranten fest. Insgesamt sind in den ersten acht Monaten des Jahres bereits 71.000 Menschen unerlaubt nach Deutschland eingereist. Und das ist wirklich krass, ja. 71.000 illegale Einreise in den ersten acht Monaten 23. Das sind knapp 8.800 pro Monat. Und jetzt muss man nur mal ganz einfache Mathematik machen, um zu sehen, wohin das führt. Wir haben also 8.800 illegale Einreisen pro Monat, schieben aber selber nur 1.300 illegale Migranten ab. Das ist eine Differenz von 7.500 Menschen, die jeden Monat mehr illegal bei uns sind. Also anstatt die Anzahl der illegal bei uns lebenden Migranten zu reduzieren, steigt diese Zahl weiter massiv an. Tja, und alle diese Leute bekommen natürlich weiter fleißig Geld vom Vaterstaat. Man kann also sagen, dass Deutschland überschwemmt wird von illegal Migranten und der deutsche Steuerzahler muss dafür aufkommen. Aber nicht nur für deren Aufenthalt müssen wir massiv viel Geld zahlen, sondern auch für deren Abschiebung. Und jetzt wirst du gleich ein paar Zahlen sehen, die werden dich echt vom Stuhl hauen, ja. In dem Bericht der Bundesregierung steht nämlich auch drin, was eine Abschiebung kostet. Hier siehst du mal eine Tabelle mit so ein paar Auflistungen. Erster Eintrag. Abschiebung am 13.01.2023 von Berlin in den Libanon. Rückzuführende Person 3. Kosten des Fluggerätes 71.074. Und noch krasser, der zweite Eintrag. Abschiebung am 14.02.2023 von Leipzig nach Niger. Rückzuführende Person 1. Eine. Kosten des Fluggerätes 120.450. Bitte was? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Die Abschiebung eines illegalen Migranten nach Niger kostet uns über 120.000 Euro. Also das sind doch wirklich unglaubliche Zahlen. Und ich frage mich, warum wird diese illegale Person nicht direkt wieder in das Schlauchboot gesetzt, mit dem sie zu uns gekommen ist, ja. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Migranten, die unsere Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel auf der Flucht vor Krieg sind. Wir reden hier von Migranten, die zu uns kommen, weil sie unseren Sozialstaat ausnutzen wollen. Migranten, die illegal bei uns sind. Und für die müssen wir unglaublich viel Geld für deren ihren Aufenthalt bei uns bezahlen und nochmal 120.000 Euro für die Rückführung von einer Person. Sorry, aber das passt für mich auf keine Kuhhaut. Und genau deswegen ist es jetzt auch unglaublich wichtig, dass wir unsere Außengrenzen endlich mal dicht machen und ganz genau prüfen, wer zu uns kommt und wenn nicht. Vor allen Dingen, illegale Migranten müssen an der Grenze sofort aufgehalten, geprüft und im Zweifel sofort wieder zurückgeschickt werden. Und diese ganzen Schlepperboote, die da ankommen, die muss man sofort beschlagnahmen und vernichten, sodass sie nicht noch weiter illegal Menschenhandel machen können. Und das frage ich mich sowieso schon seit langem. Wie kann es dann sein, dass diese Menschenschmuggler tausende von Migranten mit den Booten übers Mittelmeer zu uns bringen, aber die Boote denn beim Anlegen nicht beschlagnahmen und zerstört werden? Das verstehe ich einfach nicht. Und dabei ist es doch auch völlig egal, ob diese Boote irgendwelchen Privatpersonen oder NGOs gehören. Wer illegale Menschenschlepperei mitmacht und dabei hilft, muss konsequent bestraft werden und deren Boote müssen aus dem Verkehr gezogen werden, dass die nicht am nächsten Tag direkt weitermachen können. Und das Problem ist, sowas kann man aber mit unserer Regierung nicht machen. Bestes Beispiel dafür ist die Linke. Die Linke hat jetzt sogar Kaola-Rakete zu ihrer Spitzenkandidatin für das EU-Parlament gemacht. Und das musst du dir mal vorstellen, genau diese Kaola-Rakete, die selbst eins dieser Schiffe gesteuert hat, die illegalen Migranten nach Italien gebracht hat. Und das musst du dir mal vorstellen, ja. Diese Frau beteiligt sich am illegalen Menschenschmuggel und die Linken macht sie zu Kandidaten fürs EU-Parlament. Also das ist wirklich unglaublich krass, ja. Und solange wir solche Parteien in Deutschland haben, die sowas unterstützen, wird es auch keine Lösung bei der Frage der illegalen Ausländer sehen. Und deswegen, wenn ihr das nächste Mal zur Wahl geht, dann denkt ganz genau darüber nach, welche Parteien in unserem Land diese ganze illegale Migration fördern und welche Parteien sie so komplett ablehnen und beenden wollt. Und wenn ihr darüber nachgemacht habt, dann macht das Kreuzchen an der richtigen Stelle.